alles sauber oder was sind diese zähne wirklich richtig sauber der zahnbelag wir machen ihn sichtbar und zeigen wie er richtig entfernt wird da ist ja alles blau und rosa ist der zahnbelag rosa ist er von heute und gestern ist der zahnbelag blau angefärbt dann ist er schon ein paar tage alt das war vorher nicht zu sehen her mit zahnpasta und zahnbürste los geht's wir bewegen die zahnbürste in kleinen kreisen mit etwas druck bis zum zahnfleischrand zahn für zahn so wird es sauber zahn für zahn auch die zähne ganz hinten ist die blaue farbe weg ist die rosa farbe weg haben wir auch keinen zahn vergessen dann ist wirklich alles sauber so